Herzlich Willkommen zurück zu Dantes Entferno und jetzt fragen wir ihn mal hier Da hat er noch was zu sagen Da kriechen sie aus den Gräbern für immer da Weil schlecht der eine nahm, der andere gab Niemand je hat ihren Tod beklagt So, das war's, mehr hat da nichts zu sagen Ja und jetzt müssen wir einfach nur hier hoch Ich denke mal, dass da Ah ne, ist bestimmt nicht mehr da So, hier auch Und hier auch Jetzt kommen wieder so ne Flammendinger, glaub ich Ja, das wär ja zu einfach, ne Das geht wieder zurück Ja, da kommen sie schon Können wir gleich mal mit Heilige Kreuze anfangen Und, äh, das füllt sich jetzt hier Man muss sich also beeilen, sozusagen So, hier frisst Heilige Kreuze Jetzt kommen, glaub ich, noch ein paar aus den Flammen raus Ja, das sah ich doch Ja, noch einer Zwei gleich drei So, da waren wir ja recht schnell Damals, beim ersten Mal, weiß ich noch, hab ich einmal verkackt Aber da wusste ich auch nicht so genau, wie ich die ganzen Gegner bekämpfen soll Hier ist auch weiter nichts Oder? Wir haben ja noch Zeit Können wir nochmal rumgucken Ne, zu der Tür kommen wir später erst Die hier ist Jetzt gehen wir mal weiter So, einmal her damit So, einmal schnell speichern Speichern, hab ich gesagt So So Ach ja Das ist auch wieder so ne Hier ist nämlich eine Ah ja Da oben ist eine Dings, die wir Ich komm da einfach mal nicht richtig hoch Oder ich Oh, jetzt geht das wieder los Aber ich versuch's Nein Ich muss es schaffen Nein, da blockt er einfach Jetzt hab ich's geschafft Jetzt heißt es hier noch rumspringen Ja Einmal nicht geschafft Das ist auch die Kunst Äh Man muss Quasi Erst muss man's da auf das obere Ding schaffen Was nicht so einfach ist Wie ihr seht Aber ich versuch's schnell Zu machen Der ging auch wieder nicht So Das könnte jetzt ne Weile dauern So und jetzt muss man nämlich Eigentlich sollte er sich da festhalten Aber Aber ihr kennt mich Was das betrifft Gebe ich nicht auf Weil ich weiß Ich schaff das irgendwann Ich hab das damals auch immer geschafft Ich verließe die Stadt nur um Wasser für meine Zitter Man muss nur Geduld haben In der blühenden Hoffnung auf Gold öffnet äh Für diese Westtalische Jungfrau Die Sabine und die Tore Eigentlich ist es ja nicht schlimm finde ich Aber sie ist überhaupt gierig Das ist Schlimm Ab dir kann ich nicht leiden So ist hier dann noch irgendwas Oh nein Jetzt muss ich da nochmal hoch Nur weil ich wieder gucken wollte Ob da noch irgendwas ist Stimmt's Oder? Ja Da falle ich gleich nochmal runter Nur um zu gucken Ob die da noch ist Hätte ich nicht jetzt was sagen können Ah Naja mal sehen Ob wir es jetzt auch gleich nochmal schaffen Ich verließe die Stadt nur Ja wenn man es einmal raus hat dann Geht's also bestrafen die mal schnell Geh von dann So und jetzt muss man nämlich Nein ich war doch schon richtig Einmal hier rüber Hier rüber Hier rüber Hier rüber So nehmen wir doch schnell die Grunde Obwohl wir sie nicht bräuchten Aber egal Öffne mir deine Tür Du hässliche Fratze Was haben wir denn hier? Ach nein Das ist übel Neuer Gegner auch Die wollen nochmal blocken Achso Den kann man nämlich Wenn er sich dreht Die können sich aber auch drehen Du bist nur tot Dich erlöse ich Dich Euch erlöse ich alle Erlösen 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 Müssen wir ein bisschen mit Erlösen aufholen Weil wir die anderen Dann Wenn er das macht Dann müsst ihr hier diesen drücken Oder? Dann hören die nämlich aufzudrehen Ah jetzt fängt der andere an Allerdings tun sie natürlich auch die Die Feine So jetzt reicht's mir Dann auch wieder mal ein bisschen Anwenden Das was dann irgendwie noch kommt Das ist viel schlimmer So Nimm mal den noch Und erlöse ihn Und du Weil er mich geärgert hast Du bist bestraft So Und jetzt kommt erst Die richtige Kacke Wir haben hier allerdings Die können wir zerstören Wir können noch ein paar sehen Auf der Seite hier Ach ich das hasse Wie war das jetzt denn Hier öffne ich die Tür da oben Bringt jetzt aber Also man müsste eigentlich so Müsste runter Müsste so Jetzt muss man schnell genug sein Seht ihr? Das meine ich Man muss schnell genug sein Und da wieder hochkommen Man muss einfach rechtzeitig Abspringen Also wenn man so rennt Gleich vom Weiten schon Aber die Tür die können wir nochmal zulassen Weil ich will ja erstmal auf die eine Seite darüber So Ne das war schon wieder zu spät Ah Ich werde dann auch immer so nervös Furchtbar Aber ich schneide hier nix raus Das könnte Ja Die sind auch wieder da Geben aber leider jetzt nix mehr Probieren wir es nochmal Probieren wir es nochmal Das ist doch ja nicht so schwer Wenn ich hier stehe Das gemacht habe Springen So So jetzt nochmal So So Wieder Oh Wie mich das nervt Jetzt weiß ich auch warum ich das Teil da auf der einen Seite nicht geholt habe Weil ich das dann immer wieder machen müsste So So Ist einfach Weil der auch nicht so schnell hochklettern will So Versuchen wir es einfach Und jetzt haben wir es geschafft Darüber Und wenn wir es jetzt verkacken Dann müssten wir den immer wieder holen Das ist auch noch das Problem Jetzt habe ich leider nicht gesehen ob auf der anderen Seite auch noch was war Ja Ey Oder Ah nein runter Weil da oben Ne ich glaube nicht Aber wir haben jetzt ein Detail vergessen gehabt Wir haben die Tür nicht aufgemacht Die mussten wir ja auch machen Die geht jetzt auch langsam zu Hm Ja Das war ja sowas von klar Das wird ja dann ein ziemlich langweiliger Part muss ich sagen Aber ich sag mal meistens Ähm So öfter man das macht Umso besser wird man Glaube ich Jetzt muss ich nämlich den Der da hinten ist Auch nochmal holen Zumindest haben wir ja das hier jetzt immer gepackt Seht ihr Der ist auch wieder da Ja Jetzt erst hoch Den hier Den schnell Komm, 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 komm So Jetzt haben wir es aber gepackt Und ich hoffe das war das Weil auf der anderen Seite kam man ja gar nicht rüber Wenn ich das richtig gesehen habe Falls einer weiß ob auf der anderen Seite auch noch was ist Also ich denke mal dass das nicht Das ist nicht so wahr Aber was jetzt kommt ist natürlich auch Richtig Richtig scheiße finde ich Aber naja Jaja Die Dinger drehen sich Da kommt genug Viecher Ja Man müsste normalerweise Hier rüber Aber ich muss sowieso einmal runter Weil es hier noch was gibt Diese kleine Ratte Dreht er sich schon wieder Ja, komm her. Kriegst du dafür aber, was du verdienst. So, hier haben wir noch einen. Wieder eine Münze. Ja, ja, Gold, Gold. Und hier gab es sonst, glaube ich, nichts weiter. Jetzt kommt aber der schwere Teil. So. Ach, verdammt. Naja, gut. Müssen wir das nochmal probieren. Aber glaubt mir, beim ersten Mal, da habe ich mich noch bescheuert da angestellt. Oh, jetzt haben wir gleich kein Leben mehr. Okay. So, ich warte mal, bis der Nächste. Die Tür ist jetzt aber auf. So, jetzt können wir dieses schon mal ausstellen. Und wenn wir jetzt nochmal verkacken, dann landen wir ja da unten. So, hier war nur die Tür. So, jetzt müssen wir erstmal zu denen dahinter. Äh, römischer Kurator, der für seine Gier berüchtigt war und zahllose, entschuldige Männer. Das muss bestraft werden. Ich hasse H4. Sei verdammt, Gründer. So. Jetzt müssen wir aber erstmal... Ja, das meinte ich. Jetzt sind wir abgesoffen unten. Aber jetzt müssen wir oben landen. Wir müssen den zwar nochmal wiederholen. Ah, nein. Schon wieder tot. Habe ich kein neues Leben gekriegt? Ist ja fies. Okay, dann müssen wir den Hebel nochmal ziehen. Ich bin heute so schlecht. Müsst ihr mir verzeihen, aber... Äh, mein Gott. Ist einfach nicht mein Ding, so eine... So eine Springpassage. So. Das gibt's doch gar nicht. Boah, ich hasse das. Jetzt haben sie mir aber ein bisschen mehr Leben gegeben. Wie nett. Liebes Spiel. Wie nett. Lass mich euch Gehör schenke. Das wird ziemlich teuer. Das wird teuer, Alter. Bestraft nicht meine Worte. So. Wehe jetzt. Na ja, geht doch. Oder war ich wieder zu hastig? So, den noch schneller lösen. So, jetzt aber weg hier. Warum das nicht gleich geklappt hat? Hasse das. So. Na, hier gibt's auch einige Dinger zu holen. Ach nee, das ist ja jetzt erstmal... Okay. Gleich die Passage, die da kommt, die ist natürlich auch nicht schön. Und wie passend... Ich kann jetzt einen Schnitt machen. Aber wir machen... Ich werd wohl gleich noch weitermachen. Hier schnell... Speichern. So. Und dann sehen wir uns hier das nächste Mal wieder. Tschüss.